Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo mein Männer, ich habe mir überlegt für die Playlist für den geheimen Buch, ja mal ein wenig Art Leerbär Video zu machen. Ich denke das ist ganz interessant. Und zwar, ich war gestern beim Segelohrn Bob und wir haben ja wirklich gequatscht hin und her und da hat er mich gefragt, Mensch wie bist du denn da überhaupt draufgekommen? Und ich hab mir dann gedacht, ja vielleicht ist das für den ein oder anderen interessant, dass ich eben nicht früh aufstehe und mir irgendwelchen Scheiß ausdenke oder dass das schon eine Chronologie hat und warum es diese Playlist im Endeffekt jetzt gibt. Und zwar habe ich vor elf Monaten das Video hochgeladen 100 Jahre Ladeschlussspannung Bleibatterien. Kann ich jedem nur empfehlen sich das Video mal anzugucken. Und wie ihr seht, in dem Vorschaubild schon ist hier unter der 100 dieses braune Buch. Das habe ich jetzt auch noch mal hier. Dass ihr seht, ich bescheide es nicht. Und ich will euch mal kurz mitnehmen und erklären, wie das alles zustande gekommen ist und etc. Wie ich eben zu dem Buch gekommen bin und warum ich reingeguckt habe. Also ich habe damals, wie gesagt, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Bleibatterien selber versorgen, regenerieren. Alles was man irgendwie Akkupulser und Erfrischer und irgendwelche Zauberschaltungen und alles was gibt. Also probiere ich alles aus und teste das und bin mittlerweile auch erträgt. Und da bin ich in den Jahren drauf gekommen, dass das, was eben in unseren Büchern steht, explizit jetzt mal über Bleibatterien, nicht ganz so stimmt. Und bei den Ladeschlussspannungen, war ich mir 100 Prozent sicher. Und deswegen dachte ich mir damals, Mensch, guckst du einfach mal in verschiedene Bücher. Also ich mache jetzt das Zeug. Ich zeige euch das jetzt noch mal. Also das alte Buch hier ist von 1897. Eben davon war von 1950. Das glaube ich von 1930. Und das ist aus meiner Lehrzeit. Ich bin Kfz-Mechaniker, deswegen interessiere ich mich auch für den Krempel und so. Aus meiner Lehrzeit, wie ich weiß nicht mehr, 2000 oder so ungefähr das Buch, ne. Dass man halt mal so über 100 Jahre einen Überblick kriegt, was mit den Ladeschlussspannungen passiert ist oder gemacht wurde. Das kann man, lass mal jetzt mal offen. Und also mir war klar, bevor ich die Bücher besorgt habe, dass die Ladeschlussspannungen in diesem Buch von 2000 auf jeden Fall nicht stimmen. Beziehungsweise oder nicht ganz korrekt sind. Es funktioniert ja trotzdem irgendwo. Aber dann gehen halt eben die Batterien eher kaputt. Ja, davon habe ich mir die Bücher besorgt und habe eben dann hier die Ladeschlussspannungen, könnt ihr euch ja wie gesagt das Video mal angucken, habe die dann hier rausgesucht und eben das Video gemacht. Dann lagen die Bücher erstmal bei mir rum. Und ich experimentiere auch mit, ich nenne das jetzt mal für euer Verständnis, freie Energie. Ich nenne es befreite Energie. Das ist eine ganz, also da müsst ihr ein bisschen unterscheiden, so Schwurbler und nicht. Ich nenne es nicht, egal. Auf jeden Fall sind bei meinen Experimenten, ich habe dann, das kann ich euch ja auch mal schnell zeigen. Ja genau, hier habe ich es und zwar, wo ich das dann unter anderem mit den, mit den Bleiballerien, das ist mal, dass man es mal schwarz auf weiß hat in Büchern. Das nehme ich jetzt mal als Beweis. Vorher hatten wir ja nur Indizien. Da ist mir dann klar geworden, dass, ja du musst dich selber auf deinen Hosenboden setzen und das, was die damals entdeckt haben oder so, eben erstmal verstehen und am besten selber nachmachen. Deswegen gibt es dieses Video Magnetic Pole Change Without Electric Pole Change. Ich habe es englisch gemacht, weil ich hoffte, dass es eben einen größeren Andrang findet. Leider nicht geklappt. Aber das ist eben so dann die Grundlage, warum wir jetzt über das Buch reden. Das hat dann hier vor einem Jahr, hat das angefangen. Also es ist ein wichtiger Aspekt, um eben die, also ich habe dann mit Micha entschieden, ich habe gesagt Mensch oder Micha, ich glaube Micha war das, der hat gesagt, wir kommen so nie weiter. Wir müssen das auf richtiger, nach Micha's Definition wissenschaftlicher Herangehensweise machen, dass wir eben Experimente machen, dass wir es eben lernen, verstehen, nicht nur lesen und abschreiben, sondern eben auch machen und dann auch kapieren. Wie hat es schon mal gesagt, kapieren und kopieren, so rum. Wir machen, kopieren, angucken, kapieren und dann machen wir es selber. Auf jeden Fall, das ist so im Grunde genommen die Grundlage und dabei sind wieder ein paar interessante Sachen rauszukommen, zum Beispiel Induktion oder BackEMF. Vielleicht ergibt das jetzt noch nicht so den großen Zusammenhang, wenn ihr jetzt die ersten zwei, drei Videos von dem seht, was hat das jetzt mit dem Video zu tun? Ich bin ja schon durch, durch das Buch, wisst ihr? Wir müssen Stück für Stück, also irgendwo hier drinnen, werde ich in der Videoreihe dieses Video hier ansprechen. Bin ich mir 100% sicher? Ich habe das noch nicht gedreht, nichts, aber bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist doch sehr wichtig, dieses Video, weil das eben nochmal ein paar Sachen erklärt, um das Verständnis besser zu sehen, welche Fehler eben gemacht wurden oder was auch immer. Das führte wiederum dazu, dass ich eben auch Sachen erkennen konnte, die keiner erkannt haben, zum Beispiel der EMF, dass eben ehrlich gesagt haben, dass der BackEMF eben negativ ist. Back wurde da als negativ übersetzt, ist aber zurück. Deswegen hier das Buch, das ist dieses Video auch nochmal entscheidend, dass ihr seht, das war vor sieben Monaten, also bis vor sieben Monaten hat die Welt noch geglaubt, dass die Pulse von diesem EMF-Ladegerät negativ sind und sie sind aber positiv. Und das sind eben alles solche Sachen. Da sind wir wieder bei Victor Schauberger, genialer Wasserforscher, kann ich jedem ans Herz legen, 180 Grad verdreht denken, hat der Mann gesagt. Und mit diesen ganzen Experimenten oder von den Grundlagen her, habe ich natürlich weiterführende Experimente gemacht und bin nicht nur auf eine Sache gestoßen, sondern auf, ach ich weiß es nicht, also zwei, drei Sachen, wo ich sagte, also das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Und bin aber noch nur Kfzler, also Laie, Laie Elektriker könnte man vielleicht, also ich kann ein Oszilloskop bedienen oder so, aber ich bin jetzt kein Elektriker oder so. Also ich kann nicht hier, ne, na gut, ich könnte es vielleicht abrechnen, wenn ich die Formeln raussuche oder so, aber ich bin kein Elektriker, ich bin Kfz-Mechaniker, Mechaniker. Und da bin ich eben, wie gesagt, auf ein paar Sachen gestoßen, hab mir dann gedacht, okay, guckst du mal in unserer heutige, oder guckst du mal, ob du was findest, ob sowas jemand schon mal gemacht hat. Und ja, bis auf den Rick Friedrich, also eine Sache hatte ich dann gefunden, das war dieser Rick Friedrich, der Mitarbeiter von John Bedini, der hat es The Loving and Giving Part genannt. Also ich denke, ich weiß, wie er es gemacht hat und, na gut, er weiß es natürlich auch und Bedini wusste es natürlich auch immer wahrscheinlich. Werden wir nicht erfahren, dass er es leider tut. Aber, und wo mir das dann klar geworden ist, ist mir eingefallen, dass ich ja noch, jetzt kommen wir auf das Buch, dass ich ja noch das Buch habe. Und diese Idee, früh so gehen wir mal raus an Micha, an Boxenbauer, diese Idee eben, ja, beim Urschleim anzufangen, ne, ich sag mal, du kannst ja auch keine Oper komponieren, wenn du noch nie irgendwas mit Musik gemacht hast, ne. Also, halt mal, ich nenne das Hausaufgaben, Hausaufgaben gemacht und dann dachte ich mir so, Mensch, na, warte mal, wenn, wenn der Friedrich oder Bedini, ne, weiß ich nicht, wer da der Urheber ist, am Ende wird es wahrscheinlich eher, ein paar Jahre schon eher gewesen sein. Ich denke, Bedini war dann einer, der es versucht hat, weiter, dass es nicht komplett verschwindet. Vielen lieben Dank nochmal, John, an der Stelle, ne, und Ruhe im Frieden. Und da dachte ich mir dann, Mensch, jetzt hast du ja selber die Grundexperimente gemacht, jetzt kannst du ja auch mal lesen, was die denn rausgefunden haben, oder die, ne, ein Physikbuch, also das ist ein Physikbuch, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ein Physikbuch von der Wiener Uni, Technischen Hochschule, ne, Bibliothek der Technischen Hochschule, in Wien, ne, 1897, steht jetzt, glaube ich, auf der zweiten Seite, genau, ich zeig's euch jetzt einfach nochmal, ihr habt's ja nochmal in den anderen Videos schon gesehen, ne, nur da so, dass man, ist natürlich schon ein bisschen spät, aber, ne, ne, und dann habe ich mir das Buch eben durchgelesen, dreimal, beim ersten Mal war ich schon sehr vom Kopf gestoßen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil, ähm, der Schaltbogen, warte, was, Schaltbogen, ich glaube, Schaltbogen, ne, kommen wir noch im Buch, in der Reihe, kommen wir da drauf, dass eben die, die, die Bezeichnungen, das Denken, die Verwendung der Wörter, zu dieser Zeit, mindestens mal, ich bin kein Sprachforscher, aber so gefühlt 5 bis 20 Prozent von dem abweicht, wie wir's auch heute benutzen, oder die Wörter gibt's gar nicht mehr, ne, und natürlich auch teilweise anders geschrieben, wie Tat mit H, ne, hab ich so noch nie gesehen, und das sind halt alles Sachen, das ist nicht einfach fürs Hirn, also zumindest nicht für mein Hirn, und andere lesen, das ist nur beim ersten Mal verstehen, also ist egal, auf jeden Fall, beim ersten Mal, da sind mir aber dann schon ein paar Sachen klar geworden, weil eben hier auch die, die Grundexperimente drin sind, ich hab dann dazu natürlich parallel auch Grundexperimente gemacht, also verglichen mit dem, was die, was ich eben nachstellen konnte, und nach dem zweiten Mal lesen, sind mir dann eben schon mehr Sachen aufgefallen, weil das ist auch ziemlich schwer zu verstehen, sag ich mal, und wo ich dann die richtigen Sachen wusste, also findest du dann auch die richtigen Sachen im Buch, wo dann von unendlich raus, Ladung entnehmend erzählt wird, oder irgendwie richtig selbstlaufende, und hast du nicht gesehen, weil du ja erstmal denkst, okay, und dein dritten Mal lesen, übrigens viele liebe Grüße nochmal an TQT Eli, ich glaube ohne deine Sprachforschung, ohne deine Videos auf YouTube, ohne den Gedanken, den du es geschafft hast, mir rüber zu bringen, hätte ich das nie machen können, der, das kannst du mit, ne, nur mal so, also bitte, mach mal ein paar Videos weiter, weil wir haben ein bisschen noch ältere Bücher, das hat man auch zurückbekommen, so, und ja, beim dritten Mal lesen, habe ich so gemacht, dass ich wirklich jeden Abschnitt, oder alles, was die, habe ich mir so lange vorgelegt, mit Internet, mit unseren heutigen Mitteln, mit, mit Experimenten, oder so, bis ich das kapiert habe, alles nicht, was ich nicht machen konnte, ne, ich hätte jetzt keinen Platin da, zum Beispiel, die haben ja Platin damals, haben sie geschrieben, das Gramm 4 Mark, oder so, das wäre gut, ne, aber das kostet heute genau 15.000 Euro, oder 30, ich weiß gar nicht, kann man schwer Experimente machen, aber wenn man eben die anderen Experimente macht, und ich meine, es ist ein Buch von der, äh, technischen Dings hier, äh, was eben damals die Professoren, die, die Leute ausgebildet haben, die Ingenieure, und, naja, 100% stimmt wahrscheinlich nicht, weil sie eben auch noch ein paar Sachen dazugelernt haben, ich habe auch ein paar Sachen markiert, wo ich selber auch schon wusste, dass das schon korrigiert, wurde in unserer heutigen Zeit, aber sie waren den Rest, ich meine, was sie getestet haben, das, das kannst du ja nicht wegdiskutieren, auch da drauf beruht ja auch, das meiste unserer, was heißt das meiste, die komplette, unsere heutige Technik, ob das Mikrofon, oder, ne, das ist ja alles beruht, irgendwo auf das, was die Leute damals gemacht haben, ja, und dann, ist mir eben was aufgefallen, wiederum im Buch, dass, dass, die, also, ich habe daran gefunden, wie gesagt, wir gehen ja das Buch durch, ihr werdet es dann selber auch lesen, ich werde wahrscheinlich das ein bisschen neutraler, dann in Zukunft machen, dass ihr selber da eure Schlüsse draus zieht, weil man es eben immer interpretieren kann, weil die Wörter eben anders benutzt wurden, und etc. Aber, wenn ihr mich fragt, ist hier in dem Buch, mehrfach, freie Energie beschrieben, sag ich jetzt mal, wie gesagt, der Begriff gefällt mir nicht, weil das euch nichts bringt, wenn ihr danach sucht, da kommen nur irgendwelche, Fake Videos, die euch auf den falschen Weg bringen wollen, aber, es sind eben Experimente drin, wo die Clip und Klarscheiben, so und so viel Energie rein, und ein bisschen was mehr, zurück, oder raus, Back, zurück, Back EMF, und, aber eben auch die Grundexperimente, wie die darauf gekommen sind, warum, es sind auch die Formeln drin, also, man kann das auch nachrechnen, und das ist natürlich schon höchst interessant, aber, wir haben, bei den ersten Videos, habe ich jetzt angefangen, ich hätte euch ja einfach die, die das jetzt anfangen können, und wieder alles runterkatschen, und das hat schon einen Grund, warum ich das so gemacht habe, weil, mir eben klar geworden ist, dass zumindest in diesem Buch, irgendwas nicht drin steht, ne, wie gesagt, ich mache ja selber Experimente, und war ja auf der Suche, und das steht eben nicht drin, und da ist mir schon klar geworden, im Moment mal, das müssten sie eigentlich entdeckt haben, so, ne, so, und, durch Telegram, und, und, und drüber reden, über das Buch, und die Gruppe, und, 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 und Discord, ist es eben dazu gekommen, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, dieses Narrativ, was, wenn ihr das Buch heute lesen sollt, oder wenn ihr ein Video von jemandem seht, der euch irgendwas darüber erzählt, und ein schwieriges Narrativ ist dann, dass eben, ja, die waren halt alle blöde, ist ja klar, ne, und, das stimmt ja nicht, weil das ja in Zukunft korrigiert wurde, das stimmt natürlich, in einigen Fällen schon, dass, was weiß ich, ne, dass ein paar Sachen korrigiert wurden, oder geändert wurden, oder anders genannt wurden, oder Sachen erkannt wurden, oder, ne, also 100% falsch, glaube ich, habe ich in dem Buch jetzt nichts gefunden, jetzt sind ein paar Schlussfolgerungen, aus ihren, die dann nicht richtig sind, aber, ich meine gut, ne, 1800, noch was Leute, die hatten nicht die Messmittel, die wir haben, das sehe ich schon ein, aber so waren schon, die Grundbausteine sind schon richtig, ne, das will ich damit sagen, und, dieses Narrativ ist eben, dass das eben, dass die alle blöde waren, das ist ja noch nicht alles so 100% war und so, und, die ersten paar Videos in der Videoreihe, sind eben so aus der Community entstanden, die, wäre auch geil, wenn die, die mitgemacht haben, ihr, die ihr mir geholfen habt, die stillen Helferlein im Hintergrund, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar schreiben, dass, ja, dass es Spaß gemacht hat, da ein bisschen mit zu recherchieren, oder was auch immer, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir hat es mega Spaß gemacht, Leute, ne, ihr habt mir damit geholfen, dieses Narrativ schon zu zocknallen, ne, dass eben die Mietbläde waren, früher, und, et cetera, und, das eben, weil eben das Ene fehlt, das, wie will ich denn das beweisen, äh, dass eben dann, ja, Kado hat sehr viel mitgegrübelt, aber wie gesagt, ich möchte jetzt, schreibt ihr selber rein, wenn er, ich vergesse es sowieso wieder, es waren locker 15 Leute, die mir da geholfen haben, wahrscheinlich sogar noch mehr, Liana auch mit, und also, waren viele mit dabei, ne, ich vergesse wieder jemanden, und, da hat Kado dann auch mir Sachen geschickt, wo, wir schon sehen, dass eine gewisse Zensur stattfindet, oder, dass ein paar Sachen, na, Zensur darf man ja nicht sagen, dass ein paar Sachen weggelassen worden, oder vergessen worden, oder, ne, und, das ist eben die Vorbereitung, aufs Ende von dem, von der Geschichte, das kann ich euch schon jetzt vorbeikommen, vorgreifen, dass ihr nach dem Buch, ein komplett anderes Wissen, über, über Elektrifizierung, Elektrizität, unsere Geschichte, über unsere Vorfahren habt, aber auch, dass hier eben, auch schon was fehlt, und, da das ja schon schwer vorstellbar ist, dass die recht hatten, blablabub, oder dass die halt nicht so dumm, blablabub, aber dann, darum, da drin, auch wieder was fehlt, das ist ja dann schon fast, unvorstellbar, ne, also, was ich zum Beispiel meinte, mit dieser Recherche, äh, ich hab ja dieses Buch hier, physikalisch da, ne, und, ja, dann haben einige geschrieben, ja, kannst du das mal, eine PDF draus machen, oder so, 600 Seiten, ne, und dann schreibt, ich glaube, das war auch gerade, wie gesagt, nehmt mir das bitte nicht, ich möchte gerne jeden erwähnen, aber wenn ich jetzt noch, sechs Wochen, wer mir alles geschrieben hat, schreibt ihr bitte, was weiß ich, war scheiße mit dir, das zu machen, hast nur meine Zeit geraubt, dann schreibt das hin, ne, oder was weiß ich, ne, und dann schreibt, äh, haben halt die Leute, in der, in der Telegram Gruppe war das, äh, da war Retron, war auch mit dabei, ja, siehste, dich hätte ich schon wieder vergessen, Junge, siehste, tut mir wirklich leid, ich mach das nicht mit Absicht, ich kann aber jetzt nicht jeden raussuchen, bitte, nehmt mir das nicht übel, ne, ähm, das, ich werde keinen Screenshots nächstes Mal machen, ach, dann muss ich wieder Datenschutz hin, na ne, nehmt mir das nicht übel, Leute, das ist nicht Baskument, ne, und auf jeden Fall schreibt dann, ich glaube, es war Okade, wenn sie mal alles war, bitte, schreib's rein, korrigier mich, schreib, du Schwein hast mich nicht genannt, ich war das mit den 400 Seiten, ich war definitiv nicht, ne, ich glaube, Okade war's, und dann schreibt der, hä, wie dein Buch hat's, warte, ich kann's euch nochmal zeigen, ne, nicht, dass es wieder hießt, ja, ich, was weiß ich, 604 Seiten hat dieses Buch, in der Telegram Gruppe gibt's auch, ich glaube, im Inhaltsverzeichnis und so, wir haben schon ein paar Bilder, es gibt schon ein paar Bilder von meinem Buch, wo wir auch verglichen haben und so, weil Kado hat dann festgestellt, dass es die mindesten paar Versionen gibt, die nur 400 Seiten hat, jawohl, ne, und interessante Story noch, dann ist es auch gut, dann könnt ihr euch das Video, die Videos reinpfeifen, ne, ich hab dann spaßenshalber gefragt, ich hab gesagt, warte mal, also er hatte erst geschrieben, glücklich, wie du da fehlst, hä, 600, bei mir waren doch weniger, da wollte er erst mal gucken, also Kado hat auch so ein Buch, aber 10 Jahre, 1887, glaube ich, 10 Jahre eher, ich weiß es nicht mehr genau, ist ja auch egal, weder gibt's mehrere Versionen von dem Buch hier, und er hat halt eine mit 400 Seiten, und das sag ich dann zu mich, also spaßenshalber, ne, mich aber natürlich auch am Start hier, da hat sich den ganzen Krempel hier, den hab ich gequält, und mich hat, da musst du immer mir mal helfen, wenn ich gestockt habe, zwei Hörner denken halt, mehr wie eins, oder mehrere, seid ihr alle herzendeladen, ne, ne, Telegram-Gruppe hier, da drüber zu sprechen, und alles euer Wissen noch raus, und so, und, und, da sag ich, ne, dicker, der Micha hat mir damals die Pepper, ne, ich hab am Anfang hier Clubabier reingemacht, und, wo ich merkte, es wird immer mehr, und der Micha auch, und der sagt dann, oh, Mensch, das ist auch interessant, mach da mal Pepper rein, vielleicht machst du ja mal irgendeine Video, vielen lieben, tankt mich, oh mein Gott, hätt ich die Pepper nicht reingemacht, wir sind halt alles Zufall, genau, na gut, ihr wisst wahrscheinlich mehr wie ich, ist egal, auf jeden Fall, hab ich dann zum Kado, oder in die Gruppe, wie 200 Seiten fehlen, weil, guckt mal, wie viel Pepper ich reingemacht hab, es sind, nämlich, 120, 100 Punkte, hatten es mal, äh, ausgerechnet, wie viel Pepper es sind, also, ihr könnt euch dann auf 150 Videos, oder so, gespannt machen, was aber nur die Pepper sind, und zu jedem Pepper, müsste man ja jetzt noch, aus der heutigen Zeit raussuchen, wie, gut, das können dann wahrscheinlich mal andere machen, äh, ihr ein halbes Leben dann damit verbringen, also, da müsstest du zu jedem ja nochmal, 2, 3 Videos machen, ne, du suchst es halt raus, ne, egal, so, das war halt lustig, dass, ja, 200 Seiten fehlen, 100 davon, die fehlen, ne, denke ich mal, sind hier markiert, hab ich unterbewusst, also, wusste ich ja damals noch nicht, hab ich die mir schon markiert, ich hab mir einfach die, interessanten Sachen eben markiert, die, wo ich sag, was, also, das hab ich so noch nie gehört, ne, äh, ja, und ich schlade euch, wie gesagt, jetzt recht herzlich dazu ein, das war eben dieses Buch, diesen jeden einzelnen Pepper, ich zeig's euch nochmal nah, ne, das sind ein paar Übereinander und so, das sind schon ein paar, ne, äh, ja, das war eben, das Stück für Stück, abarbeiten, wie so ein, vielleicht kann ich ja auch noch, ich mach's so, schaltet ab, den, des Dings, wisst ihr, guckt euch das gar nicht an, und ich biete auf jeden Fall hier jetzt schon mal an, ich werde das hier mit meiner Community, durchquetschen, und, ja, wahrscheinlich wird sich die Playlist keiner angucken oder so, ich biete so jedenfalls an hier, wenn jemand Interesse hat, wir könnten ja dann, einen Film draus machen oder so, ne, das wäre ich aber nicht schaffen und machen können, weil ihr seht, ich bin, ausgebucht für die nächsten zwei Jahre, oder was, ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche, vielleicht geht's so schneller, mal gucken, aber, vielleicht können wir ja dann, später mal noch einen kleinen Zusammenschnitt machen, also, wenn da jemand einen Bock hat, äh, meine Genehmigung habt ihr, dieses Videomaterial zu verwenden, äh, das ist auch in YouTube unten drin, äh, Creative Comments, damit, äh, braucht ihr bloß, ich glaube, mein, ich biete es gar nicht an, ich sage, lest mal bitte selber, was die Creative Comments, äh, die Bedingungen sind, ihr müsst halt meinen, ich glaube, Action for free, und die, die URL, wo ihr die Infos her habt, wäre dann wahrscheinlich die URL der Playlist oder so, ich weiß es nicht, ne, bitte macht euch da rechtlich selber schlau, ich habe das nur so auf Creative Comments, meine, ihr dürft es verwenden, ihr dürft einen Film, und, ne, ihr habt auch jetzt meine Genehmigung, jeder darf meinen Krempel hier verwenden, äh, mir wegen auch ohne Erwähnung, ne, aber wenn ihr aus YouTube das macht, müsst ihr das erwähnen, weil es kriegt ihr Acker mit YouTube, mit mir nicht, mir ist es scheißegal, macht was ihr wollt, ne, in diesem Sinne, viel Spaß bei der Playlist, und, ja, ich hoffe, den einen oder anderen im Laufe der Zeit, noch ist Zeit, kommt in die Gruppe, wir sind auf Seite, äh, vierter Pepper, also hier sind wir, glaube ich, gerade, ne, und es ist erst nur der Anfang, Quereinstieg, ich mach nochmal einen richtigen Start, einen Neustart, wo man nochmal, drüber, das ist jetzt der Neustart, wo man nochmal richtig reingehen, und jedes Ding einzeln durch, und ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, die letzten Sachen, auch mit zu besprechen, weil, die letzten zwei, drei Videos, die, vor diesem Video jetzt entstanden sind, das war ein, oder zwei, ne, ein Pepper, da ging es um Elektro vor, äh, ja, da sind drei Videos, glaube ich, entstanden, und wir haben, also mindestens, eine Woche intensiv auf, auf Telegram, es waren zwei, drei Wochen oder so, mit mehreren Leuten hin und her, und Mensch, und der hat noch einen Screenshot, und wie war, wir haben überlegt, ein Pepper, zwei, drei Wochen, mehrere Leute, und eine Gruppe beschäftigt, einmal, haha, und das ist ja nur, der Anfang, Jungs, das Eingemachte, das kommt natürlich später, ne, die Erklare am Anfang erstmal, äh, eine Suppe, und so, ja, gut, haben wir's, ich wünsche euch viel Spaß damit, und, und, lasst es knacken, und denkt immer dran, lasst euch nicht verarschen, und vor allen Dingen, verarscht euch nicht selber, tschui! are you? oder not? Amen.